Leute, dieses Video habe ich nur für euch gemacht, nämlich werde ich heute in diesem Video die Serveradresse von meiner Welt zeigen, dass ihr bei mir joinen könnt. Ich werde sie jetzt zeigen. Ich habe einen privaten Server, dafür werden wir jetzt mal rüber wechseln. Nämlich haben wir hier ein Zweit-PC, den werden wir mal kurz anschalten und werden auf meinem... Hilfe, wir werden nämlich jetzt auf meinem Server joinen. Den habe ich nämlich auf diesem Zweit-PC erstellt. Nur mal kurze Kanal-Info. Was für Kanal-Info? Ich meinte Server-Info. Was werde ich auf diesem Server machen? Ich werde beigehen... Also das ist einfach ein reiner Spaß-Server. Ein PvP-Server. Könnte ich diese Serveradresse merken, dass ihr immer auf meinen Server joinen könnt. Jeden Tag. 19 Uhr. Also fast jeden Tag. Probiert es aber jeden Tag. Also auf jeden Fall so jeden Tag. 19 Uhr. Bin ich am Start, Leute. Ich bin da. Ich spiele dann Minecraft in der 1.16.4 Java-Edition. Und ihr könnt meinem Server beitreten. Es ist einfach ein kleiner LAN-Server. Ihr müsst nicht auf Server hinzufügen, sondern auf Direktverbindung gehen. Ihr könnt denn bei mir privat joinen. Es ist kein Server. Ihr könnt for real bei mir privat joinen. Ich werde jetzt mal kurz meine Serveradresse bekannt geben. Also hört zu. Holt euch jetzt ein Stück. Ihr müsst jetzt nachschreiben. 1, 9, 2. Punkt. Schreibt das jetzt wirklich nach. 1, 9, 2. Punkt. 1, 6, 8. Punkt. 2. Punkt. 1, 9, 7. Also alles bis hier. Auch mit dem Doppelpunkt am Ende. Diese Nummer nachschreiben. Und das hier ist meine Maus. Also keine Sorge. Wenn ihr das habt, geht ihr direkt verbinden und Server beitreten. Aber um das zu machen, werde ich jeden Tag ein kurzes Bild posten, wo ich denn hier eine LAN-Nummer euch sage. Und das ist eine 5-stellige LAN-Nummer. Diese müsst ihr denn eintippen und dann könnt ihr bei mir joinen. Ihr müsst eine 1, 164-Java-Edition sein. Denn werde ich jeden Tag 19 Uhr hier auf YouTube, auf meinem Kanal, ein kurzes Bild posten, wo diese Server-LAN-Adresse draufsteht. Also, ich werde jetzt auf diesem Kanal joinen. Dafür gehe ich auf Einzelspieler. Das ist die Welt, meine Welt, wo ihr denn privat joinen wört. Wir joinen mal drauf. Und wir sind instant gestorben. Ihr seht. Mother Hell. Ihr habt es for real gerade gesehen. Ich bin gestorben. Kacke. Das heißt, slash, tp, geil, hier rein. Okay, tp, also das ist jetzt so. Also, da könnt ihr privat auf den Server joinen. Wir sind schon wirklich sehr OP. Und ihr habt es vielleicht gerade gesehen. Es ist alles in die Luft gesprengt, ja. Alles rein. Ich will es alles saven. Es ist alles. Mega. Der gestörte OP-Stuff. Oh, alles ist gesaved. Okay, Leute. Alles ist gesaved. Alter. Ihr wisst nicht, wie krass OP dieser Stuff ist. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Mega OP ist dieser Stuff. Alter, auf einmal join ich so. Auf einmal ist da ein... Mann-Creeper. Das Wort, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, sage ich lieber nicht. Äh. Oh. Muss alles behalten. Es hat alles einen Wert von 2 Millionen. Oh. Also, ihr könnt denn joinen. Ihr könnt jetzt joinen. Ich bin schon etwas länger drin. Ich würde euch jetzt die Nummer zeigen. Die Nummer lautet... Ihr seht, hier ist die Nummer. 1, 2, 1, 6, 8. Nee. Sorry. Ihr tippt jetzt ein. Bitte. 1, 9, 2, Punkt. 1, 6, 8, Punkt. 2, Punkt. 1, 0, 9, Doppeltpunkt. 4, 9, 3, 0, 1. Hier seht ihr es nochmal. Server beitritt, ne? Denn betretet ihr die Welt und ihr seid auf mein... Nicht auf mein ganz... Richtig so mein Server. Ihr seid auf einem coolen Server. Wo ihr denn mit... Dann mit mir euren Lieblings-Youtuber spielen könnt. Und ich habe aber natürlich auch den Chat aktiviert. Deshalb könnt ihr jederzeit was in den Chat schreiben. Äh, bitte. Keine Beleidigung. Ja? Wir müssen doch mal alles richtig sortieren hier. Und jetzt alles rein spamming, maybe. Alter. Alter. Okay, ich habe aus Versehen meine Ender-Pan. Das wollte ich nicht. Ich habe aus Versehen meinen Stärketrank. Das wollte ich nicht. Und aus Versehen mein Essen. Das wollte ich nicht. Wie gesagt, ihr könnt jetzt joinen. Ich habe euch die Nummer eben erzählt. Ich habe sie schon wieder vergessen, ne? Viel Spaß beim Joinen. Und ciao.